Wir alle werden in diesem Konflikt schuldig werden. Nichts rechtfertigt diesen Krieg. Wenn wir uns vergeben, dann wird Gott für uns kämpfen. Gerade jetzt brauchen wir diese Weisungen. Du sollst dich töten, du sollst deine Feinde lieben. Wie können wir das leben? Wir haben den letzten Jahrhundert versucht, die Religion ignorieren. Wo hilft uns genau dieses Evangelium, die Orientierung zu finden, die wir genau in Kriegszeiten brauchen? Wenn die Kirchen nicht diesen Weg der Versöhnung mit anbahnen, dann braucht es die Kirchen wirklich nicht mehr.